Hallo liebe Zuschauer und liebe Zuschauer von den anderen Leuten, die jetzt auch hier anwesend sind. Einmal Anonymous, Geekskirt und wen haben wir noch hier? Ich hab's jetzt gerade vergessen. Ah, gut, den Aro. Schönen guten Tag. Ja, bei mir auf meinem Kanal wird das jetzt hier ein neues Projekt sein. Bei den anderen ist das schon ein bisschen angelaufen. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mitbekommen. Und zwar handelt es sich dabei um Twisted. So wie ich das verstanden habe, nehmen wir hier bestimmte Rollen ein im Spiel. Bedeutet also, wir machen jedes Mal ein anderes Roleplay für euch. Und diesmal sind wir als Galia unterwegs und werden für Miraculix Drogen sammeln. Beziehungsweise nicht Drogen, sondern, wie nennen wir das? Kräuter. Kräuter, genau, richtig. Bisse Zweige. Richtig. Und deswegen nicht wundern, wenn wir manchmal so komische Dinge sagen. Also das soll einfach nur lustig sein und Roleplay einfach sein. Auch lustiger. Mach mal weiter. Das macht nix. Wir haben für jede Aufnahmesession halt ein anderes Thema. Und heute ist das Thema für die Aufnahmesession Asterix und Obelix. Genau. Und ich bin... Das passt doch eher zu mir, oder? An der Wand vor nix. Du kannst echt überhaupt nix. Reparier Rix schon. Oh mein Gott. Episch. Maggi Fix ist vor die Wand gefahren. Du kannst immer nur hier Tütensuppen essen, aber mehr auch nicht. Soll ich euch hier nicht vor Trellern? Ja gerne. Mendo, kannst du mal ganz kurz auf den Auto aussteigen? Nein, bitte nicht. Bitte Trella uns überhaupt nix. Los, steig aus, ich muss hupen. Rahaik, Leif, Fenix. Was ist? Was muss ich aussteigen? Der heißt Skalja Lee. Ja, ich muss einmal hupen, hat Reggie gesagt. Dann macht man das. Also da kann man mal sagen, die Anne heißt, glaube ich, Maggi Fix, ne? Der Mendo heißt überhaupt nix. Geeks ist gute Miene und Maru ist Verleih nix. Genau, und die anderen heißen, äh, Patafix, Obelix, Patafix, Kubatix und Asterix. Ja. Korrekt. So, und wenn die Polizei kommt, werden wir dir natürlich das genauso schildern, dass wir, das sind die Römer, das sind die Römer, die Römer, natürlich. Dann gibt's aufs Maul. Genau, mit Kräutern. Ich bin erstmal froh, wenn wir den Zaubertrank wieder haben. Damit wir hier drüber weghauchen, komischen modernen Waffen hier benutzen müssen. Ja, das ist ja so, dass Miraculix uns losgeschickt hat, um Kräuter zu sammeln jetzt für den Zaubertrank. Äh, denn uns ist der Zaubertrank mal wieder ausgegangen. Ja, das kennt man ja. Und darum sind wir jetzt auf dieser sehr wichtigen Mission. Obelix ist schuld, der süppelt immer so viel davon. Das, das Ganze, ne, er kriegt ja nichts. Ja, doch, aber er hat sich aber was stibitzt diesmal. Und, ja, und darum haben wir jetzt keinen Zaubertrank mehr und Miraculix hat uns jetzt auf diese sehr wichtige Mission geschickt, neue Freude zu holen. Achtung. Oh Mann, ey, das war nur, weil der vorne so gebremst hat. Fesselt ihn! Halt ihn hier hier hoch. Oh, 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 oh. Ja, mach mich schon wieder kaputt. Ja, weißt du warum? Weil der vorne so gebremst hat. Die stimmen, die Dinger. Von deinem Gesang ist direkt unser Auto kaputt gegangen. Oh. Oh. Der ist so herrlich. Ja, der Eppelt, der Hammett kann ja eh nicht so schnell fahren. 60 kmh schaffe ich auch noch. Ja, der kann ja überhaupt nichts. Ah, das wird teuer, das Repairgelz, sag ich dir, ne? Ich verleihe ja nichts. Immer aufgefallen, dass das Licht auch gelb ist. Also unser Frontlicht. Dein Oprodix ist ziemlich gelb, ja. Ja. Okay. Da hat jemand anderes fahren jetzt. Kann ich fahren jetzt. Mensch, Maggifix. Ich mach mal hier Selbstverhandlung. Ich hab Leben verloren. Du steigertröselst, ist sie wieder vor der Wand gefahren. Wie geht's eurem? Maggifix ist schon wieder die Wand gewischt. Also, ich sollte mich aufs Kochen beschränken. Ähm, oder kann ich... Dazu muss man sagen, Maggifix hieß früher kann nix. Hahaha. Ich wollt's nicht sagen. Ist das Mistelmobil in Ordnung? Das macht ja nix. Oder hieß du früher Führerschein nix. Aber das kriegen wir wieder hin. Oh, nein. Macht nix. Opa Tix. Macht das echt nix? Maggifix kann nix. Das Problem ist... Wer fährt von euch? Ja, ich jetzt nicht mehr. Das ist... Das ist... Das ist gar nicht... Interessant. Das wird ja nix. Das wird nix. Ich soll jetzt... Jetzt müssen wir... Wir sagen so viel nix, by the way. Ja, ne? Ich mach doch nix. Nix, 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 nix. Habt ihr schon eine Legion von den Römern gesehen? Na, Gott sei Dank. Wir haben angesichtet. Die Römer? Wo sind die Römer? Du kannst dir den Obelix vorschicken, dann sehen wir gar keine mehr. Da hinten ist so ein Römerlager. Ui, 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 voll, voll, voll. Ja, rechts von uns. Der wird ein bisschen ausgebaut. Ich muss sagen, mein Fisch stinkt heute nicht. Dein Fisch stinkt. Fisch? Der stinkt nicht. Der Fisch ist nicht frisch. Der Fisch ist frisch. Ich hätte da einen Maggifix anzubieten, zu frischem Fisch. Genau, mit Maggifix, dem frischen Fisch. Oh Gott. Woher kommt dein Fisch eigentlich? Aus dem Meer. Welchem Meer? Das ist ja aus allen Richtungen. Das ist überall Meer. Das Mitte Meer, oder das Schwarze Meer, das Rote Meer. Danke für die geografische Darstellung. Ja, herzlich willkommen bei Galileo. Suck im Meer. Galileo Mystery. Vertrauen Sie nicht auf frische Zutaten. Nehmen Sie Maggifix. Galileo News. Oh, ein Hase, links von uns. Den brauchen wir aber nicht für unseren Zaubertrank. Ach, nach Wildschweine. Wir brauchen ganz besondere Misteln. Für unseren Zaubertrank. Oh, Wildschweine. Und was brauchen wir noch? Die gibt's auch. Wir haben Wildschweine gesichtet. Die müssen wir dann zum Miraculix bringen. Wieso hast du Vollbremsung gemacht? Wieso machst du Vollbremsung? Aber wir haben jetzt überhaupt nichts. Wir müssen mal reparieren. Ich glaube, wir haben ein bisschen Zaubertrank verschüttet. Ich wollte das für den Schweine holen. Ist kaputt? Ja, ist kaputt. Wir haben ein bisschen Zaubertrank verschüttet, Leute. Ich habe Reparatur-Kids dabei. Muss man nicht Wild-Unfälle den Römern melden? Ach, Quatsch. Wild-Unfälle. War das Wild-Unfälle? Die können ja nichts. Die spinnen die Römer. Wir wurden von einem Hinkelstein getroffen. Ja, ich glaube, das war eine Wildschweine. Hast du wieder im Auto gegessen, Obelix? Ich würde Vollbremsung gemacht. Oh, Motivation, welche Liedchen singen. Oh nein, bitte nicht. Lieber nix. Passt du auf die Hinkelsteine? Überhaupt nix. Überhaupt nix, bitte. Sind alle noch drauf? So, wir sind fertig. Ganz. Oh! Was ist jetzt? Du bleibst ruhig. Ich wurde ausgelockt. Oh, was ist das? Wollte gerade an, stimmt. Überhaupt nix. Fahr doch mal drüber! War jetzt nicht mehr aus! Hilfe! Nein, nicht mehr! Oh! So, jetzt singst du nie mehr wieder. Das ist verrückt. Ja, ich spinne. Weiter geht's. Das Dorf braucht unseren Zaubertrank. Wo fahren wir eigentlich lang? Ich hab keine Ahnung. Das Dorf braucht den Zaubertrank. Hat eigentlich irgendjemand mal ne Mockierung gemacht, wo man ihn nicht sagt? Einfall der Straßefolge. Einfall der Straßefolge. Fahr auf unsere Unterstützung. Einfall der Straßefolge. Einfall der Straßefolge. Einfall der Straßefolge, noch zweieinhalb Kilometer. Äh, zweieinhalb Hickestein. Warum bist du eigentlich mitgekommen drüber, Dix? Willst du singen, damit die Misteln besser wachsen, oder was? Ich glaub, die verziehen sich noch immer. Ich glaub, die verziehen sich noch immer. Die, die, die Barten waren in ganz Skallen immer weit verbreitet und deswegen haben wir jede Schlacht gewonnen, weil ich so toll gesungen habe. Weil die Gegner das von sich aus aufgegeben haben. Ja, ja, die sind abgehauen. Laut der Römer-News von letzter Woche, dass man, wenn man Musik hört, dass man viel besser kämpft. Seid mir dankbar. Ja, gute Musik und kein Katzengejammer. Die spinnen, die Römer. Ich bin die Römer. Da haben Sie recht. Wieso ist die Frau vom Chef eigentlich mit dabei? Als Überwacher. Was ist dabei? Die Frau vom Chef. Gemina, bist du? Ja, ich muss überwachen. Erzähl uns ein Liebbüter. Du musst, du musst. Wie geht's eigentlich deinem Schnäuzelchen? Das Schnäuzelchen? Hoffentlich stoßen wir auf Piraten. Äh? Schneuzelchen? Ja, ein Schnäuzelchen. Ich-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g Okal-ja-ja. Was sagst du, Marij fix? Da, Kali-ja? Ja, wenn wir auf Piraten stoßen... Oh! Schaut recht, liegt in einer Pyramide! Oh mein Gott, wir sind Ägypten. Pyramiden, rechts von uns! Oh mein Gott! Pyramiden! Oh Gott, wie konnte das passieren? Piraten in Ägypten! Beraten? Was? Willst du jetzt wenigstens auch den anderen Teil noch abschlagen? Ich hab mir ja verstanden. Ich glaube, wir kommen dem Feld jetzt nahe und sind gleich da. Ein Hickelsteinwurf noch bis zum Feld. Noch ein Hickelsteinwurf? Das ist natürlich nicht so weit. Uiuiui! Ich hab Angst. Ich bin ganz nervös. Was macht denn der Cäsar gerade wohl? Die können wir ja mal einen Besuch abstatten. Ja, mit unserem frischen Zaubertrank. Aber nicht, dass du schon wieder das Haarwuchsmittel mit dem Zaubertrank austauschst. Verschrecklich jetzt mal. Ach, passiert schon nicht. Durch deinen langen Bart hat man immerhin deinen Gesang nicht so laut gehört. Fack jetzt bloß, dass du da nicht traurig warst. Das war die schönste Woche in diesem Dorf hier. Sie war nur traurig darüber, dass der Bart nicht noch länger ist. Was? Die Kunst-Banasen. So. Uns kommt noch von Können. Da ist das... Mieselzweig fehlt. Das ist ein Scheiß. Verdammt. Das war wohl nix. Das war wohl nix bei uns. Warum können wir ja nix sammeln? Wo sind die Mieselzweige? Die sind schon alle abgebaut. Nein. Oh Gott, es werden die Römer mal her. Die Spindelrömer. Was stimmt hier nicht? Mieselzweig fehlt. Hier ist ja überhaupt nix. Wieso geht das nix? Aber mir war gut, dass wir die Spindelrömer wieder gefressen sind. Die Spindelrömer. Hast du dich verfahren? Alles weg. Hier ist ein Fällix. Wir sind eigentlich richtig. Links. Wie links? Also... Wollen wir die Mieselzweig abbauen über Ettermilz? Oder brauchen wir dafür welche? Eigentlich nicht. Nee. Was braucht man denn dafür? Vielleicht irgendeine Sense. Jemand ne Sense? Nee. Überall Zaun. Links ist kein Zaun. Komm nicht durch. Ja, da ist überall Zaun. Hier ist kein Zaun. Nein, manche. Du brauchst eigentlich nix mehr. Vielleicht fehlt uns wirklich die Sense. Geht nix? Da ist nix. Haben die Sense vergessen, verdammt. Nix, nix, nix. Überhaupt nix. Ich such schon die ganze Zeit. Aber ich finde nix. Ich finde auch nix. Guck mal in die Bollmix. Ernst? Muss man für das Mieselzweig-Ding irgendwas besonderes erfüllen? Drück mal T. T? Oh nein. Ah, da ist der geheime Mieselzweig-Button. Ach du meine Güte. Da soll mal einer drauf kommen. Das muss man das Mieselzweig auch sagen. Das muss man zu Mieselzweig auch sagen. Die Radblicks hat's doch extra nochmal gesagt. Der Mieselzweig hat's vergessen. Guck mir leid. So. Dann sammelt mal fix. Dann sammelt mal fix. Entschuldigung, aber der war gut. Ich hoffe, dass hier keine Römer kommen. Ach Quatsch, die Römer. Die hauen wir weg wie nix. Die schlafen. Genau. Und wenn sie nicht schlafen, dann werden wir sie zum Schlafen bringen. Darf man hier einfach so das Feuer eröffnen? Äh, nein. Ne. Die aber auch nicht. Ja, aber die dürfen einen tasern. Wenn man ja verhaftet ist, dann kann man ja schon nix mehr machen. Dürfen sie auch nicht einfach so. Die Römer müssen auch auf ihre Kamera achten. Wie sieht's aus bei euch? Habt ihr eure Säckchen schon voll? Riesenvoll. Darf man da eigenen Bedarf anmelden? Gott, ich weiß nicht mehr, wo ich das sehe. Du kannst benutzen. Nein, das macht alles Miraculix. Nein, das macht alles Miraculix. Das habt ihr Miraculix gepachtet hier. Ich benutze es jetzt. Mal sehen, was da passiert. Ich muss jetzt unbedingt... Ja, Roman. Beim Zurückfahren Wildschwein für den Obelix. Achso, unverarbeitet. Entschuldigung. Zurücks können wir nicht irgendwo was essen gehen. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall nachher den Zaubertrank vorkosten. Genau. Ob das auch gut schmeckt. Und ob das auch richtig funktioniert. Ja, das lassen wir den Obelix nehmen. Wirklich auch fast. Der hat ja drin ja Erfahrung. Obelix kriegt nix, genau. Obelix, du weißt doch, dass du als kleines Kind eben Fahrrad dran gefallen bist. Ja. Da war ja was. So, alles ins Auto klein. Es reicht noch lange aus. Auch kein winziges Schlückchen. Nein. Vergesst nicht noch die Schlüssel zur Kutsche zu verteilen. Für das hier habe ich keinen Schlüssel. Die was? Das ist von Nancy. Ähm, wo bist du? Die Autoschlüssel. Das habe ich nicht. Wie viele Mistelzweige gehen in so ein Säckchen rein? Ich stehe gleich. Meins fasst du bereits hin. Äh, wo stehst du? Wie weit bist du jetzt weg, Mackie? Weiß ich mal, wo ich die sehe. Und hier wachsen aber gute Mistelzweige. Ich kann das gleich sagen, oder? Ja, sehr gute. Oben auf den Bonn wir anhaufen. So, du müsstest jetzt einen Autoschlüssel haben. So, überhaupt nix. Was ist los, X? Ich bin gleich fertig. Er sammelt nix. Ja, lasst mich doch. Ich bin halt langsam. Ich kann... Ich mach halt meistens überhaupt nix. Deswegen ist das für mich ungewohnt. Mich hat eine Säcke gebissen. Dann müssen wir dich aber zum Arztisch schicken. Das ist hier sehr gefährlich. Hilfe! Doktor X! Wo bist du? Ja, hier. Gute Miene, komm zu mir. Wo bist du? Gute Miene, komm zu mir. Hier bin ich. Hier. Leg dich mal kurz runter. Ah. Okay, hier. Oh. Genau am Hintern? Was ist da los? Genau hier. Genau hier. Schau mal. Schau mal, genau. Du musst ruhig bleiben. Ein bisschen reinfallen musst du schon. Ruhig liegen. Da drin ist es. Oh, oh, oh. Wenn die Stimme dumm klingt, dann ist es, weil ich brechen muss. Nimm dein Schwert. Stocher ein bisschen rum, dann geht das schon. Ja, ich will eben kein zweites Pups noch machen. Hast du ihn? Moment, steck fest. Die Untersuchung laufen. Warte. Oh. Ja. Das sieht komisch aus. Oh. Da oben fliegt er. Oh. Ich weiß nicht, dass da nicht noch ein Hüssel drin steckt. Dazu sag ich jetzt mal überhaupt nix. Oh. Der steckt warmes. Haha. Dazu sagst du überhaupt nix, überhaupt nix? Mhm. So. Da holt er sich einfach eine Zecke ein, hier auf dem Mistelfeld. Nix. Mit dem Tee kannst du das ins Auto tun. Also unser Afro nix ist voll nix. Ja. Achso, ich muss das noch ins Auto tun. Das wäre sinnvoll, ja. Mach halt normalerweise überhaupt nix, deswegen. Geht so nicht. Alter, große... Passt auf, dass ihr nicht aus Versehen unter dem Mistelzweig steht, sonst müsst ihr euch küssen. Nee. Große Kutsche ist auch voll. Große Kutsche ist auch voll? Schon? Ernsthaft? Haben wir aber langsam gemacht. Alle Rucksäcke und alle Kutschen voll? Also alle ihre Säcke? Nein, dann ist sie kurz los. Nein, dann ist sie kurz los. Ich bin auf meinem Beutel. Ah, das Auto ist voll. Cool. Ja, dann sind alle Kutschen beladen. Noch nicht voll. Wir müssen noch die Rucksäcke voll machen. Hab ich schon. Okay. Komm mal hier in den Schatten. Ist mir viel zu warm in der Sonne. Sing uns doch ein Lied, Troubadix. Ja, sing mal ein Lied. Ein schönes aber. Bitte ein schönes. Ich singe ein Lied für dich. Und dann fragst du mich. Willst du mit mir tanzen gehen? Ich glaub ich steh auf dich. Ich singe ein Lied für dich. Und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt in die Acht. Super. Genug. Da ist er wohl hingefallen. Robatix Wurst. Robatix, brauchst du ein Pflaster? Ich hab Hellokittix. Er hat schon wieder einen Zeck erwischt. Magst du einen Hellokittix Pflaster? Ich hab schon wieder einen Zeck erwischt. Danke. Oh, mir geht's schon viel besser. Wer war das? Erinnert euch doch alle daran, wie man mit dem Heroinix dann reden soll. Kann's losgehen? Jawohl. Wir müssen jetzt dringend zurück zu Miraculix. Miraculix ist ja erst dann wohl... Ja, genau. Nein, wir müssen erst zum Verarbeit nix. Genau, wo ist der? Zum Body von Miraculix. Wo ist der? Ach, da oben ist der Herkulix. Nein, Miraculix soll das ja hinterher haben am Ende. Ach, das ist sein Druidenkollege. Ich denke, wir müssen ein bisschen Gold mitnehmen, weil der wird er langt ein bisschen Geld dafür, die Mittelzeige zu verarbeiten. Ich hab noch 3 Gold 80. 90.000 Bar. Ich hab das schon mal gemacht. Ich kann das auch so. Nicht mit dem Auto da ranbumsen. Der kennt mich da. Da hat das rote Pferd. Dich einfach umgekehrt. Dich einfach umgekehrt. Er hat mir Zeit im Schwanz dick. Die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm. Die macht ne Summ, 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 Summ. Nein. Warte mal. Ich weiß gar nicht, was an dem Auto dran kommt. Achtung. Ich überfahre nichts. Entschuldigung. Erstmal planen, wo fahren wir lang. Obelix an Bord. Let's go. Überhaupt nichts. Ist nicht fangen gut. Sechs Hinkelsteinwürfe sind das. Sechs Hinkelsteinwürfe. Mit Pharex bis Dichs. Gartix. Oh, bei dir krieg ich Angst. Wir sollten vor dem Römer Außenposten dann schon abbiegen. Ja. Bedingt. Die spinnen die Römer. Überall bauen sie über Außenposten hin. Ich laub einfach den direkten Weg. Ah, mir ist schlecht nix. Die sollten wir vermeiden. Einfach durch, Obelix. Befährlich. Ich muss brechen. Diese Posten werden besetzt im Moment. Gute Mine hat grad so ein bisschen von dem Kraut gegessen. Nein. Überhaupt nix kann ich fahren. Gute Mine, das werd ich pelzen. Überhaupt nix kann ich fahren. Hör doch auf, ich kann halt überhaupt nix. Wenn das das Schnäublechen erfährt. Dann kann das nix. Was? Nein, er hat ein Busch tot gefahren. Ach, da war ein Busch. Ein Busch oder ein Hasen? Ja, das war ein Busch.